jetzt müssen wir nur auf jedem weg bleiben ganze weg ist voll mindestens zehn ja nein da geht das gar nicht mehr 5 habe ich Oh einer! Ich hab drei! Den Laufen hab ich auch erwischt! Ja! Ja ohne Beinchen ist schlecht! Was ist das brutal? Noch einer! Jo! Oh maaaaan! Ach weiße was! Was ist denn los? Das Spiel ist mal nur am Rumpacken! Ruckelt das wieder los? Nein! Leichen fehlen, Waffen fehlen und passen Kombinationen wirken manchmal nicht direkt! Vorsicht! Da kommen noch zwei! Und ein roter! Oh yes! Der ist mir alle expectant! Das ist noch einer! Das sind zwei roter! Alter was ist das denn für ne Attacke? Bye bye! Oh! Oh! Nächster! Und noch einer! Ja! Der ist doch schießkulig! Und noch einer! Oh! 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 Ich hab hier einem Animationen mit anderen Menschen! Oh nein, Bombe! Was ist das denn hier? Müsst ihr die jetzt gerade auch noch über euch ergehen lassen, die Zwischensequenz? Das ist auch ein bisschen glücklich. Okay. Dimensional Switches, oh je, je. Martin, zurück! Zurück, Martin! Zurück, zurück, zurück! Sehr gut. Ah! Ein Code. Hier liegt noch ein Golfschläger. Hier. Hatte ich ihn aufgehoben. Ah, geil, geil, geil. Irgendwann war jetzt nicht viel. Hier doch! Hey! Katana! Oh yes! Sehr schön! Was? Wo war das denn? Hier! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Rechts, ganz rechts, das ist eine neue Eins. So, let's schnitz! Wo ist's denn? Wo zum Teufel ist denn das Katana im Inventar? Hier, rechts, bei den Waffen. Alex? Da. Wo ist es im Raum? Da. Oh! Steckt direkt daneben. Ja, hier unten geht's weiter. Im Raum ist... Ein PC, den man... Ablocken kann. Sackasse! Irgendwas habe ich jetzt geöffnet hier gerade an einem PC. Ja. Ich weiß nicht, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir werden es gleich herausfinden. Ja, Pause, gut gedaan. Wacken! 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 Okay. scheinlich weil wir hier tauchen müssen okay watch naja naja watch es klappt aber auch nichts mehr ja sorry martin das war echt keine absicht das ist halt ärgerlich man muss halt immer für die bolle ist das normale berg das normale feuerzeug ausrüsten aber dann sieht man nichts mehr noch mehr ich bin leider noch tot ist das die rüstung die ist rechts bei den kleidungsstücken beim rebreathen ja ich bin hier absolut überfordert zwei gegner und zwei babys ja da muss doch vorgehen ich auf einmal hast du dann schon wieder ins bild gerutscht also was das pacing an sich an ging war das das hier ist jetzt karte ok ja klar ich sag jetzt nicht dass ich dich getroffen habe was das gibt es doch gar nicht wir waren beim pacing aber die hitboxen die sind wir hier ein absolutes Rätsel ich muss nicht kurz was kraft bestimmt ich habe keine energie ich jetzt jetzt ich jetzt ich Oh, da geht's runter. Jesus! Das ist doch nicht wahr! Marcel, ich würde dir helfen, aber ich hab Angst. Das ist ein Sicherheitsabstand. So. Und? Gut, Marcel. So. So. So.